Ital Design Giordaro ist für aufsehenerregende Designstudien bekannt. Beim diesjährigen Autosalon in Genf haben die Italiener einen spektakulären GT namens Brivido gezeigt. Die Vorgaben für dieses Auto waren einfach. Er solle Träume wecken. Das gelingt dem Brivido auf Anhieb. Er verkörpert nicht nur einen reinrassigen Sportwagen, er ist es auch tatsächlich. Er ist nämlich nicht nur ein schick aussehender Designentwurf, sondern ein fahrfertiges Auto. Damit er auf 275 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit kommt, bedient er sich in den Motoren und Antriebsregalen des VW-Konzerns. Trotz seiner hohen Fahrleistungen bietet dieser Sportler viel Raum und Komfort. Glas, Aluminium und Kohlefaser bestimmen den optischen Auftritt des Brivido. Weil die großen Glasflächen eine Art gläserne Kuppel bilden, wirkt er großzügig und hell. Die Passagiere sollen so während langer Reisen das Panorama der vorbeiziehenden Landschaft genießen können. Eine weitere Besonderheit ist die große Tür, die wie ein Flügel wirkt. Sie ermöglicht den Vorpassagieren bequem auf die Rücksitzbank zu gelangen. Der Einstieg ist möglich, ohne den Kopf einzuziehen oder die vorderen Sitze zu verschieben. Der Brivido zeigt viele, vielleicht auch futuristisch wirkende Einzellösungen beim Design, der Bedienung und auch zum Beispiel bei den Scheinwerfern. Trotzdem haben seine Schöpfer ihn nicht als Traumwagen geschaffen. Ihr Anspruch ist es, dass er irgendwann einmal in Serie gehen soll. Also Daumen drücken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017